Hi zusammen, heute möchte ich euch ein bisschen über Grautöne erzählen und zwar mische ich mir die gerne aus den normalen Farben, aus gelb-rot und blau in Verbindung mit weiß oder auch heute mal aus dunkelrot habe ich gewählt, ein gelb und ein dunkles grün und halt das weiß kommt dazu und daraus möchte ich euch zeigen wie man aus diesen Farben ganz verschiedene Grautöne mischen kann. Man kann auch einfach nur Komplementärfarben nehmen, gelb und violett oder grün und rot oder einfach die Grundfarben rot, gelb und blau plus weiß. Ja, wir können das einfach mal so ganz locker austesten und ich finde, dass es in einem Bild auch meistens gut tut, wenn es neben diesen reinen Farben oder diesen leuchtenden Farben halt auch Grautöne enthält, weil die Grautöne praktisch so eine Art Ruhepole oder Gegengewicht bilden und manchmal kommen die Farben dann, die leuchtenden Farben noch mehr zum Strahlen durch die verschiedenen Grautöne. Und ich habe jetzt einfach mal ein Blatt aufgeschmackt und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ich da rangehe. Ich habe hier so einen ziemlich alten Pinsel, ist aber egal. Also ich nehme mir einfach ein bisschen von dem Grün, dem Rot. Dieses dunkle Grün und das Rot ergibt ein Lila. Also da wird man normalerweise auch nicht so drauf kommen. Jetzt nehme ich halt noch ein bisschen von dem Gelb dazu. Und dann kommt da so ein, wenn ich jetzt alles miteinander mische, so ein warmes Grau raus. Das ist jetzt ganz unverdünnt, also ohne Weiß. Und wenn ich das transparent auftrage, ist das relativ dunkel. Jetzt kann ich das mit dem Weiß etwas vermischen, mehr oder weniger. Dann entstehen halt Grautöne, die total spannend sind. Ich kann es auch ein bisschen dunkler noch machen. So, jetzt mache ich mir einfach einen neuen Grautöne. Und zwar nämlich einfach die ganzen Sachen in unterschiedlichen Verhältnissen. Also, wieder etwas Grün. Diesmal ganz wenig Rot. Sie kommt kein Lila raus. Ein bisschen Gelb. Das ist jetzt leuchtend grün. Ist noch zu grün. Immer noch ein bisschen Rot dazu. So, das ist jetzt so ein Grau-Grün. Immer noch grün, könnte man sagen. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr Rot dazu nehmen und noch ein bisschen mehr Grün. So, wird es wieder etwas dunkler noch. Und geht wieder ein bisschen rötlicher. Wir mischen das noch mal ein bisschen. Also, man kann das ganz fein abstufen, wie man möchte. Ein bisschen Gelb dazu. Noch ein bisschen Rot dazu. So. Geht also auf jeden Fall jetzt ein bisschen grünlicher. So. Jetzt haben wir dieses ganz dunkle Grau-Grün. Und das mischen wir jetzt wieder mit dem Weiß. Und dann kommen wir an einen so einen mintgrau-Grün-Ton. Den können wir auch noch ein bisschen weiter verdünnen. Dann wird er halt noch heller. So. Jetzt kommt das nächste. Wir beginnen mal bei unserer Mischung mit dem Rot und dem Gelb. Rot und Gelb. Das gibt so eine Art leuchtendes Orange. Klar. Aber wir wollen ja erst mal ein bisschen dämpfen. Das heißt, wir geben jetzt ein bisschen Grün dazu. Dann haben wir es ungleichmäßig vermischt. Sieht aber trotzdem schön aus hier in der Ecke. Jetzt machen wir unseren Pinsel mal sauber. Und mischen etwas Weiß dazu. Mehr oder weniger. Und geben das wieder hier. So. Hier könnt ihr auch noch mal hier so ein bisschen. Dann mischte ich das in die feuchte Farbe rein. So. Und so könnt ihr immer weitermachen und die verschiedensten Grautöne mischen. Ihr seht das jetzt im Zeitraffer. So. 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 Musik 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 Musik